Was für nicht so wie schon wieder das Witz Omni-Stone-Lee ist witzig Das ist witzig Ich sag nicht dass das gut ist Also das ist kacke Aber es macht Spaß Kurze Frage Dieser Drache hier das ist Aurelionzoll Aurelion Aurelionzoll 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 Hab ich das gehört? Du hast doch Jungle House gewählt Ja ich weiß aber ich hab gehofft dass ich nicht komme Möchtest du Top-Lane spielen? Ne du kannst ruhig Top-Lane ich spiele irgendwas Und hoffe dass ich Spaß habe Ja ich spiele die Sum-Top-Lane Omni-Stone funktioniert nicht Es ist zwar lustig ja Aber Es funktioniert nicht Ich habe die Nieder-Lee komplett rasiert Im ersten Spiel Hallo? Boah das hast du davon Das hast du davon Kann ich Trunnel im Jungle-Spiel Omni-Stone-Ivan let's go Alles gerade von Jungle Oh Sven-Fried Renekton Hä? 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 Was ist da los? Was mit Omni-Stone-Ivan passiert? Äh... Was soll ich dann wieder weg? Nichts Ich habe das Gefühl ich werde diese Runde keinen Spaß haben Du hast das Gefühl diese Aufnahme ist verflucht Schau mal probiert Weil was über den Rechner zu gehen Weiche Dämon Ich glaube da weicht noch was ganz anderes aus dem Rechner Seine Segel Ich sehe da nur wie mein Geld für den PC einfach aus dem Fenster so fliegt Ist der nicht versichert? Ne Muss man das Kirchenpaket buchen Hahahaha Na Priester ist schon in der Leitung Kommt mal vorbei Der streut dann ein bisschen Ding ins Äh... Ich mach einfach einen Schnellkurs Ich mach einen Schnellkurs zum Exorcisten Und dann kümmere ich mich am Männerabend um die Sache Glaubst du Sven Malt dann auch so ein Pentagramm vor die Haustür bei dir? Ja Damit der Teufel nicht rauskommen kann Ja damit das schön bei mir in der Wohnung ist Gute Idee Man möchte doch nicht dass man die Gäste da belästigt Äh die Leute die auch da wohl Genau genau Ich soll ja dann leiden Hey der ist doch schon drinnen alter Naja deswegen der soll ja nicht rauskommen Aber ich soll ja schon mit dem klarkommen Wenn der schon drinnen ist bei mir Richtig Du sollst dir quasi jeden Morgen guten Morgen sagen können Und der wirft immer eine Tasse Und ein Zeichen zu setzen Aber was für ein Zeichen Naja das Zeichen Hey ich bin noch da Und so schnell bin ich nicht weg Weißt du du musst dir einem vorstellen Der sitzt einfach so Weißt du hast so ne Tasse auf deiner Arbeitsplatte stehen In der Küche Und der sitzt dann einfach so auf der Arbeitsplatte Wie so ne scheiß Katze Er guckt dich an Und schiebt das mit der Hand So wohne Nein hör auf Ecke stopp kurz Guck dich an und schieb weiter Das ist ja wirklich der Teufel Ich weiß nicht ob du jetzt in der neuen Preseason gespielt hast Aber wir spielen um die Drakes herum okay Okay Drake ist quasi der Win to go Wir wollen alle haben Ich krieg anscheinend keinen Pull okay Oh Ne alles gut Mein Jungle ist schon gefickt Danke Fack drauf Frag auf deinen Jungle Die Dragons sind es Alles klar Jetzt sofort Ich krieg raus mit dem Frag auf den Frag auf den Frag auf den Der Farm Er geht an mir vorbei Verdammte Scheiße Der Weg ist gleich ab Aber ich glaube ich kann den noch nicht direkt am Anfang machen Alleine ne Aber wenn du gankst Und wir die kriegen Dann können wir die machen Ja ich geh kurz Weil wir die nicht selber schon kriegen Ja ich bin also dann Okay Ja Okay Ähm Die haben Dachen Okay Unlucky Dass er den alleine machen kann? Alter was Ja ich Kann er nicht Warum verändert sich die Karte nicht? Hä? Warum verändert sich die Karte nicht? Er ist beim dritten Er ist beim dritten Der dritte ja Der dritte entscheidet Der dritte entscheidet auf jeden Fall Ja die machen Drake Shit Man wir müssen da hin Ja Shhh Oh haben wir aufgehört? Sicher? Ja und der ist zurückgegangen Der hat sich auf jeden Fall resettet Oder vielleicht Ghazalas und so Oh Gott Ich hab Ghazal oder? Ne Machen die dich? Na aufgehört Wundervoll Das haben wir gut gemacht Und jetzt in Drage Mä ich weiß nicht ich Ich bin egal Nehm den Drage Dann ist die Lander Aber fangen wir vor rein Ich brauch noch immer den Drage Aber 6 mal kann ich smarten Wunderfall Wir sind das Bord dran Oh wir werden hier komplett auf Bord versiert Piller, Piller, Piller Ja Der Lee Sin kommt, der Lee Sin, der müsste jetzt jeden Moment anfangen Ja so geil Nice Matthias hat mich gestarkt, Matthias hat mich gestarkt Entschuldigung Ich konnte mich gar nicht überlegen, Junge Das war der Fünftausender IQ Zweiter wird Talon Hier ist Talon Talon Komm mal, komm mal, komm mal Pass auf, ne, er sieht uns hier Let's fucking go, gehen wir rein Kaiser, vielleicht noch mal wo Nice, haben wir bekommen Pack der Lee Sin, der Lee Sin Nice, Drake, 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 Drake Ja und ab jetzt spawnen quasi nur noch Mountain Drakes Wenn wir den dritten Also der dritte entscheidet quasi, dass wie sie Maps sich verändert Und Ab dann spawnen quasi nur noch diese Art von Drake Okay Also der dritte wird quasi immer der sozusagen Ja, letztes ein kann man sagen Und der gibt halt nen guten Buff Wir können da rein, ich bin stark Ich bin auch da Ich bin auch da Ich bin auch da Ge-Ace Nice, wat ein Game, Alter Ich mein' ich halt auch nichts mit Schuhen Pushen Reward Den Inhip bekommen Reiser Ah, schaffe Mann, da klicken macht nichts Können wir weiter pushen? Ich hol den Topline oder so ran Nice, weiter, weiter Gigi Good game, würde ich sagen Oder? Für ne Aufnahme sogar noch besser Haben uns noch nicht viel gesagt Aber dann wird das eben so chilliesig War konzentrated, my boy Na, haben wir gut gespielt, würde ich sagen Ja, ich war so schlecht nicht im Spiel Ich finde, du hast keinen Job gemacht Also richtig Blöch Bis zum nächsten Mal.